Lux und André haben sich zusammengetan und das Zettdorf von Gumsi, dem König der Gnaren, gestohlen. Sie werden Leptis beschwören und unbeschreibliche Macht erhalten, ihr. Diese Tür führt zu einer Abkürzung, so könnt ihr sie einholen. Beeilt euch! Okay, das werden wir machen. Aber wenn sie wollen, dass sie uns beeilen, sollten sie uns ein wenig zur Hand bringen. Gut. Doch, jedes Mal, wenn die Welt gerettet werden muss, sind alle verschwunden. Ein Glück, dass es uns gibt. So Leute, willkommen zurück zu... Frösser! Willkommen zurück bei Rayman 3, Hoodlum Havoc. Ich habe gestern knapp zwölf Pirates hochgeladen, glaube ich. Aber jetzt klar, äh, mache ich noch mehr. Yay! Ich habe vor, das gesamte Spiel heute durchzuspielen. Hey! Und diese Punkte kommt mir nur ran, wenn man ein Schuh ist, deswegen... Meine Punkte! Yay! Boah! Die Punkte, geil, Mia! Kommt her! Was? Shit! Piu! Ähm... Oh, da. Ich komme her! Was? Oh Gott, ich hätte den fertig machen können, hätte ich bloß noch eine Millisekunde mehr Booste gehabt. Die Musik ist echt abgefahren. Okay. Was ist denn hier los? Warum brauche ich so wenige Kronen? Eigentlich braucht man da viel mehr. Ach so. Irgendwie war das wohl ein Wach wegen dem Schuh. Ich mache Pinne. Geschafft. Geschafft. Spieglein, Spieglein. Auf den Kopf. Glück ist und bestimmt. Heureka, ich hoffe, ich wusste es. Endlich geschafft! Ja, juhu! Oh, gerade noch geschafft. Um das Ding zu erreichen, muss man wirklich, wirklich schnell sein. Wir sind immer noch nicht da, und das nennen die Heiler eine Abkürzung. So, okay. Boah, mit dem Controller könnte ich das so viel schöner steuern. Ich kenne echt eigentlich jedes Gespräch aus diesem Game auswendig. Aber drauf! Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Oh Gott. Das habe ich früher sogar hasst. Kronis Na gut Jetzt gehen alle Trog wieder auf Wir können nochmal von neu Aber die Kronen haben wir natürlich noch Okay, aber mein wenn nicht Ach shit Scheiß Steuerung Ich finde das ist sogar die schwerste Stelle Aus der längsten Abkürzung Ich kann mich doch alle echt machen Das wird mir nicht mehr gelingen glaube ich Oh Gott, das war knapp Erstmal umgucken Irgendwo Geheimnis Hier können wir uns jetzt nur so orientieren Was zum Teil ziemlich verwirkend sein kann Für mich aber nicht ist Ich schätze Rayman wirklich auf 14 Nicht weil ich genauso alt bin Um es mal anzumerpfen Sondern Ich weiß nicht Der kommt mir irgendwie so vor So jung So jung und doch so jugendlich Oh fuck Hey Oh Gott Die Musik in diesen Raum nervt So derbe Trotzdem ist sie gut Das hat sich nur auswendig Hey auf Der traurige Smiley verwandelt sich gleich in einen glücklichen Siehst du Es war nicht einfach Aber ich habe es geschafft Ich habe jetzt keine Zeit Nein, würde sie nicht Ich habe nicht gespielt Ich nehme gerade auf Also tschö Ich muss Shit, ey Jetzt habe ich auf die Springtaste gedrückt Du, 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 du Du